Ich sitze hier im gemütlichen Gaststube vom Restaurant Anker, Hauptstrasse 4 in Sutz-Lattrigen, direkt am wunderschönen Bielersee. Und was das Restaurant so aussergewöhnlich macht, erklärt mir jetzt Birgit Müller. Frau Müller, wenn man zu euch reinkommt, fühlt man sich gleich auf Anhieb wohl. Was kann man zu diesen Räumlichkeiten sagen? Ja, das ist so. Das ist ein bisschen das, was unser Haus auszeichnet. Wir haben rustikale Räumlichkeiten, die sehr gemütlich sind und sich unser Gast wohlfühlen soll. Wie sieht es aus mit euren Spezialitäten? Ja, also wir bieten eine französische Küche mit einem leicht modernen Touch. Wir haben eine saisonal wechselnde Speisekarte, im Sommer leichte Gerichte mit Fleisch und Fisch. Und im Herbst bieten wir gerne unsere Wildspezialitäten, für die wir schon bekannt sind. Und natürlich das Chateau-Priand. Das ist bei unseren Gästen sehr beliebt. Und wo befinden wir uns hier? Das wäre jetzt unser grosser Bankettsaal. Er eignet sich besonders für Firmenessen, für gemütliche Familienfeste oder für gedigene Anlässe. Dazu haben wir noch einen kleineren Bankettraum für kleinere Anlässe. Ihr habt einen wunderschönen Garten. Ja, das ist natürlich ein so schöner Tag wie heute. Wir geniessen das, unsere Gäste unter den schattigen Bäumen zu sitzen, in den lauschigen Ecken, eine kleine Privatsphäre zu haben und einfach den Tag zu geniessen und ein feines Essen zu haben. So, voilà, einen guten Abendessen. Danke vielmals. Wunderschön. Haben wir noch lustig gemacht? Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Ich habe es doch selber mal testen, hier im Restaurant Anker im Sozlattrigen, euer Cityguide Monika Erb. Ich habe es doch selber mal testen, hier im Restaurant Anker im Sozlattrigen, euer Cityguide Monika Erb.